Hallöchen Leute, willkommen zurück bei Penumbra Overture. So, erstmal Licht machen. Also, wir müssen hier immer noch dieses Rätsel lösen. Wir haben schon eine Fuse, also ein neues Dingster-Boomster und eine neue Batterie reingehauen. Dadurch sollte das jetzt funktionieren. Wir müssen das hier jetzt nur noch in der richtigen Reihenfolge auflösen. Ich habe mal gegoogelt, Valve ist also Ventil. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Wow, wir haben 5 Ventiler. Und Steam ist Dampf. Also, ist das hier Steam-Dampf. Gut, dann wollen wir mal schauen. Jetzt geht es darum, Reze lösen. Lassen wir hier Licht wieder aus. Okay. Also, alles checken. Connector-Configuration. Secondary Flow by Turning Approval-Wahle. So. Also. Gehen wir mal davon aus, dass das hier das zweite ist. Gut. Ah! Jetzt sehe ich es. Es ist eine Römische 2 anscheinend. Schaut mal. Römisch 1, Römisch 2. Cool. Weiter geht's. Okay. Turn on cooling systems to avoid overheating. Okay, also. Kühlungssysteme aktivieren. Wenn das hier Wasser ist und Wasser kühlt, dann müsste das, glaube ich, das hier sein. Wobei, auch das. Ach, nee, das hatten wir, glaube ich, schon mal probiert. Also. Kühlsystem. Ah, ich mache immer wieder das Falsche auf. Okay. Okay. Release. Exit Steam. Okay, Steam ist also dann dieses fünfte Ventil. An. Okay, Dampf. Weiter geht's. Wenn ich hier nicht weit lerne, die richtige Taste zu drücken, dann halte ich gleich wieder auf. Begin Grease Flow Serial Leaking ist Minimal. Ähm. Okay, Primary Flow ist das. Daher, dass das Primär ist, würde ich mal denken, dass das hier zuerst... So. Und Gott sprach, es werde bitte Licht. Halte, halte. Das Licht, das brennt. So, komm. Wenn ich da jetzt rangehe, dann kriege ich sie rein. Ja. Das heißt, jetzt haben wir hier überall Licht. Okay, jetzt die Hoffnung, dass wir hier jetzt nicht alle Lampen um die Ohren fliegen. Das wäre sehr unangenehm. Vorne war ja irgendwo ein Scheißdrecks. Jetzt haben wir mal nur Strom. Das ist mal schlechte Shit. War doch der kommt irgendwo. Dorthin scheint er uns zu sein. Das heißt, da geht mir so weg. Dann haben wir ja die Dings gefunden. Ähm, Fuse ist Sicherung. Fuse ist eine Sicherung. Okay, gut. Okay. Öffne die Tür. Okay, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. Oh, Scheiße. Okay, gut. Ah nein, okay, gut. Wir haben ja was aus dem Hosen gelernt. So. Mmm. Komm schon. Komm. 5 Punkte Strich Strich Punkt 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 Strich 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 Okay, gut, ich hab's ja aufgeschrieben So, das äh, mal hier Oh, was ist denn der Schitzende aus? Okay, jetzt zurück Gut, dann wollen wir mal einfach zu übersetzen, was das wohl heißen könnte Okay, gut Also, 5 Punkte Das heißt, 5 Punkte 1, 2, 3, 4 Ne 1, 2, 3 Ah, das ist eine 5 Okay, gut, das ist eine 5 Okay, gut, das ist eine 5 2 lange 3 Punkte, das ist eine 7 2 3 Punkte, 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 6 6 5 5 Ich glaube, wir müssen jetzt Richtung Hund gehen Ich hab echt keine Lust, weil der muss mich doch wieder zu fleischen. Ah, ich hab hier so viel Bier, ich hab hier so viel, ich hab hier so viel Bier. Da scheint doch kein Hund drin. Also doch ein Hund ist da drin. Hey, ich seh keinen Hund. Ist hier ein Hund? Ich treffe. Ich weiß nicht, dass du siehst, um meine Worte zu hören. Du hast auf die Licht in den Ende, Beginn und Mitte des Tunnels. Aber einige Dinge bleiben in der Dunkelheit. Ich hoffe, das Wort hat mir geholfen. Aber was du jetzt brauchst, ist das Wall-Hold auf der Seite. Geh jetzt, da ist kein Zeit, um zu erklären. In fact, Zeit ist eine der wenigen Dinge, die wir hier in Abundanz haben. Was ich überraschend habe, habe ich durch solche Kette-Kuriosities geholfen. Okay, gut, also jetzt würde ich jetzt die Scheisse der Fenster weit. Okay, gut. Rechts muss ein Loch sein, irgendwo. Jetzt würde ich das sein, oder? Vielleicht doch hier hin. Jetzt würde ich das sein, oder? Ich bleibe das Spiel nicht, wenn ihr kein Englisch könnt. Es ist, ich muss hier jetzt zurück, wo ich die Sicherung gefunden habe. Fans war das Sicherung, ne? Leute, spielt das Spiel nicht, wenn ihr kein Englisch könnt. Das kann ich euch sagen. Ah, schaut mal, ich bin gleich zurückgekommen. Ich habe sie doch mal dahin gefunden. Ich glaube, der Hund kommt dahin nicht raus. Ich meine, wie soll der da rauskommen? Aha! Willst du mich verarschen oder was? Ich zweifel dich. Du bist das so cool. Okay. Du hast jetzt das Fleisch aufgenommen. Okay. Gut. Okay, gut. Gut, gut. 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 Wir haben es geschafft, Leute. Ah, meine Erinnerung ist wie etwas mit vielen kleinen Schmerzen. Wir werden brauchen, um ein paar kleine Schmerzen zu machen, damit wir einen Tag wieder wiedersehen können. Für diese Aufgabe, wir brauchen einen großen Möbel-Möbel-Möbel-Möbel-Möbel-Möbel. Und dieser Möbel-Möbel ist für den Ort, wo es gehalten wird. Ich hoffe, dass Ihr Ehrer funktioniert besser als Ihr Dung, damit Sie sie nutzen können. Ihr habt auf die Licht in der Ende, Beginn und Mitte der Tunnel, aber einige Dinge bleiben in der Dunkelheit. Ich hoffe, dass Ihr Möbel geholfen, aber was Ihr jetzt braucht, ist, dass Sie die Wall-Hole auf der Reise des Fenzes nehmen. Oh, geh jetzt! Es ist kein Zeitpunkt, um es zu erklären! Herrlich, er hat uns in der Verschrift... Wohl, in fact, Zeit ist eine der wenigen Dinge, die wir hier in der Abundanz-Town haben. Welche Überraschungen habe ich durch solche Kette-Kuriosities gebrochen. Wie geht es? Also, hier gibt es eine neue Bibliothek. Das ist ein Indikator, um ein Stück hinterherzettet. Wie geht es? Okay. Das war's. Sehr gut. Das war's. Das war's. Das war's. So schrecklich. Hey, schau mal an der Tür. So. Du beschied. Hoppala. Dann zaff ich mich gut. Eine Siege. Xenon Report 60b Phase 9, Arno 9.2. Arno Domini 1992. Und eine Gefähr. Kornieren. Mit Tränen sind es 68 bis 70 gefüllt. So, was bringt das zu sehen? Was soll ich mich denn jetzt durchsehen? Was? Wo ist er hier? Was? Wo ist er noch? Der Milchalt hält. Tetanis Shuttle. Still shop left to saw. Oh Gott. Okay, gut, also. Wir können damit Holz durchschneiden. Fragt sich noch welches? Und wo? Ich muss mich retten. Da dritte dieser Köter. Storage. Executation. Mal schauen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Wetter. Wetter. Die Schmerzen. Klein. Klar. Wetter. 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 Ja. So far as my eye has seen, our rocky grave extends, and yet you cast away my help like you would a puppy, freshly rolled in its own feces. I hope that your warm sense of morality is better company than I, because now it is all you have left. Lustig. With lustig, I mean it's not funny. I'm sorry. Sometimes my emotions are like a disobedient pet. Uncontrollable and often rolling shit. Better safe than sorry, they say. But I think we are both sorry than we are safe. A tunnel lies between a nearby watery cave and the place where things are kept. Take the second right from the closed door and you will find what you seek. Okay, guys. What we will find, will see you in the next episode. Until then.